Danke fürs zahlreiche Kommen. Allein bei der quantitativen Messung, muss ich sagen, ist der Vortrag schon echt extrem erfolgreich. Qualitativ muss man jetzt dann schauen. Ich komme daher. Ich habe für euch als allererstes mal eine Einleitung, nämlich das Wer bin ich. Wer bin ich? Mein Name stand ja auch schon auf dem Programm. Für mich ist aber mal als erstes vor allem auch wichtig, dann müssen Sie erfahren, wer seid ihr? Wer sind eigentlich die User meines Vortrags? Wer schätzt sich ein, oder nicht einschätzen, sondern wer weiß von sich selbst, der ist eigentlich ein SEO. Wer arbeitet wirklich im SEO-Bereich? Okay. Mist, die Messlatte wird immer höher. Wer hat viel mit Analytics zu tun und sagt, eher schon wirklich advanced? Okay, perfekt. Ja. Wer bin ich, abgesehen von meiner Nervosität steigt? Ich heiße Philipp Knoll, man findet mich auf Social Media Netzwerken, nicht nur die, aber das sind die, die ich hauptsächlich verwende, alles andere ist eher privat oder von mir kaum verwendet. Man kann mich googeln, dann findet man auch andere Philipp Knolls, mit denen habe ich immer Spaß, weil ich mich mit denen verknüpfe und denen folge und dann Kommentare schreibe, das ist immer ganz witzig. Irgendwo hat man mal einen Start gehabt, einen Raketenstart in SEO-Wissen, bei mir hat das dann eher mal so ausgeschaut, dass ich irgendwann so um 2000 herum eigentlich mal keine Ahnung hatte von irgendwas online. Was habe ich gemacht? Ich habe eigentlich angefangen, BWL zu studieren, habe dann gesagt, nee, das ist ja überhaupt nicht meins, was mache ich? Ich suche mir irgendein Studium, wo ich es mir möglichst leicht mache und habe dann gesagt, Kommunikationswissenschaften ist total geil, das mache ich jetzt. Dazu sage ich dann immer, damit es nicht ganz so dämlich wirkt, aber mit Schwerpunkt Marketing. Dann kam auch schon Schwangerschaft, also nicht bei mir, sondern bei der meinigen. Kind war da, Geld musste her, was kann man denn machen? Ich fotografiere sehr gern, ich habe damals meine erste Website programmiert, da war WordPress gerade in 1.0, ich kannte es noch nicht. Ich habe mir deswegen den ganzen Kram angetan, mir PHP anzulesen. Da habe ich mir so ein Buch für Dummies gekauft und HTML, Buch für Dummies und JavaScript für Super Dummies. Das kann ich immer noch nicht so wirklich. Und ja, das war halt so, mein Start, habe dann Webseiten programmiert und dann ging es halt immer so weiter. Ich war da mal eine Zeit lang in Wien für ein Stadtratbüro, so Online-PR, das heißt, ich kenne es auch eher von der, zum Teil auch von der nicht wirklich technischen Seite, nicht wirklich SEO, sondern so ein bisschen, machen wir halt mal was online, wo man vielleicht noch nicht so ganz genau überlegt, was wir da machen oder was das eigentlich bezwecken soll. Aber Planus, man tut halt viel, weil das war noch so ein Wahlkampfjahr, da hat man halt auch Geld dafür. Dann kamen ein paar andere Stationen und jetzt bin ich das hier. Und für die da drüben, das bin ich auch. Kleiner Test, was ist das? Ein Head of SEO. Bei Elements.at, wir betreuen oder programmieren vor allem größere Seiten, wo es eher um Strukturen geht. Kollegen von mir haben sehr viele Tourismusseiten, bei mir ist es ein bisschen mehr E-Commerce. Und damit sind wir bei Slide 9 von 122 und wir haben nicht mehr ganz 60 Minuten Zeit. Wenn wir von 60 Minuten ausgehen, dann ist das ein Durchschnitt von 2,3. Was ist mein Ziel als SEO? Was würdet ihr sagen, was ist das Ziel eines SEOs, mein Ziel als SEO oder euer Ziel als SEO? Mehr Sichtbarkeit? Mehr Umsatz. Umsatz ist cool. Sichtbarkeit wäre, ja, okay, müssen wir diskutieren. Mein Ziel als SEO ist einfach, meinen Kunden, egal wie die das definieren, zu mehr Erfolg verhelfen. Und das sind bei meinen E-Commerce-Projekten, und die habe ich hauptsächlich, ist es der Umsatz. Im Endeffekt, die wollen Geld verdienen, weil kaum jemand macht das einfach nur zum Spaß. Dann ist aber auch die Frage schon, wie definiert man diesen Erfolg? Erfolg definieren. Da gibt es halt KPIs. Meistens schaut man sich halt die paar an. Oder als SEO schaut man sich vielleicht ein paar mehr an. Realistischerweise, ich habe Kunden gegenüber, weil ich komme von einer Agentur, die schauen sich halt die paar KPIs an, die man auf der Startseite bei Google Analytics sieht. Also nach dem Einloggen. Und dann reden wir halt ständig über Sitzungen und Nutzer, Seiteneröffnungsraten, Absprungraten, Verweildauern. Und dann kriegt man halt auch gerade wie vor, ich glaube drei Wochen ist es ja eine Frage gestellt, oder ein E-Mail zuerst, aber es wird dann nicht beantwortet, um zu zeigen, hey, das ist jetzt vielleicht nicht so die wertigste Frage. Drei Wochen später hat man dann aber einen Termin, dann sitzt man dem Kunden gegenüber und ich habe dir doch eine Mail geschrieben, meine Absprungrate. Wir hatten ja einen Relaunch vor eineinhalb Jahren und jetzt habe ich mir meine Absprungrate angeschaut und die ist jetzt um drei Prozent höher. Wie muss ich das denn deuten? Ich bin mir dann da gesessen und probiere halt auch, genauso wie mit euch eigentlich ehrlich zu sein, aber erst mal habe ich mir gesagt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Zweiter Satz war dann eigentlich, ist mir auch eigentlich relativ egal, weil, was sagt man, das fangen wir mit den Zahlen eigentlich nichts an. Google Analytics gibt uns aber all diese Zahlen und gibt uns mehr, wenn man vielleicht sich Fragen stellt. und die erste Frage muss mal sein, wozu brauche ich diese ganzen Daten? Natürlich ist es aber immer ein gewisses, ich kontrolliere mal etwas, ich kontrolliere meine Website, natürlich Performance, ich kontrolliere meine Mitarbeiter, machen die eigentlich was für ihr Geld? Ich kontrolliere meine Agentur, machen die eigentlich was für ihr Geld? Wenn man jetzt euch, ich stelle mir jetzt vor, ihr werdet, ich soll ja nichts verkaufen, aber ihr werdet meine potenziellen Kunden, dann könntet ihr mich jetzt natürlich super kontrollieren, das heißt, ich würde euch sehr ungern eigentlich Sachen sagen, auf was ihr wirklich schauen solltet. Werbebudgets optimieren, das heißt, die Performance soll steigen mit möglichst immer sinkenden Kosten. Das ist übrigens eine Slide von meinem Kollegen, wegen Copyright muss ich das jetzt auch dazufügen, der heute nicht mehr da ist, aber der diese Slide zusammengefügt hat. Eine These, wir wollen hochwertigen, qualitativen Traffic. Die Frage ist aber jetzt, woran messen wir das? Conversion, was ist eine Conversion? Ich habe deswegen jetzt einfach mal die Definition an die Wand geworfen. Fangen wir damit jetzt groß was an? Fürs Foto lächeln? Nein, also wir haben Ziele. Ich rede lieber von Zielen, weil Conversion ist dann meistens, der Kunde kauft irgendwas. Was ist aber mit einer Website, wo mein Kunde gar nichts kaufen kann? Sollte ich die offline nehmen, braucht man die eigentlich überhaupt nicht? Habe ich dann keine Conversion? Kann ich sehr wohl Conversions haben, deswegen rede ich mal lieber von Zielen. Was sind meine Website-Ziele? Und da kann man sehr wohl einiges lernen, wenn man nicht nur mal ein Buch von außen ansieht, sondern das dann vielleicht auch aufschlägt und dann auch anfängt, metaphorisch jetzt gesehen, in den Daten ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen. Damit ist Einleitung Ende. Ich weiß jetzt aber nicht, welches Slide das ist von den 122. Google Analytics für SEOs. Also ich habe probiert, etwas zusammenzustellen, weil ich ja nicht wusste, was ist die Erwartungshaltung meiner Gäste, User, sondern 80 Prozent, das ist nur meine These, ihr könnt es da völlig widersprechen, ihr könnt es bei allen widersprechen, da müssen wir diskutieren. 80 Prozent meiner Kunden zumindest scheitern eigentlich nicht an irgendwelchen Raketenwissenschaften im SEO-Bereich, sondern immer eigentlich an demselben Mist. Und mir wird echt schon schwindelig, wenn ich wieder erzählen muss, was ist eine H1 und wie braucht man die und Title und Description und solche Dinge. Oder Absprungrate über eine ganze Website hinweg. Deswegen habe ich gesagt, ich stelle jetzt mal was zusammen, was irgendwie die Basics, an denen oft gescheitert wird, auf Analytics angewendet, symbolisiert oder charakterisiert, was sind da Probleme und ein bisschen darüber hinausgehend, was könnte man jetzt dagegen tun. Wir fangen jetzt an bei Tipp 1. Das ist mal relativ basic SEO-Traffic identifizieren. Die, die vorher schon aufgezeigt haben, haben damit wahrscheinlich überhaupt kein Problem und werden da sofort die Antwort selbst eigentlich wissen. Google Analytics, Quelle und Medium. Ist jedem bewusst, was Quelle und Medium in Google Analytics ist? Ich hatte letztes Mal bei einem Vortrag, da ging es aber eher um SEO für Content-Redakteure und nicht um Google Analytics, wirklich eine Mutige im Publikum, die gesagt hat, weiß ich nicht. Muss man dann zum Mut gratulieren. Also Quelle wäre die Art des Traffics. Woher kommt das? Ist das was Organisches? Zahle ich dafür CPC? Ist das ein Social? Ist das ein Newsletter-Traffic? Und mein Medium ist aus all den Suchmaschinen, die es gibt, und ja, es gibt mehr Suchmaschinen als Bing. Das wäre dann mein Medium. Erklärung, Akquisition, alle Zugriffe, da findet man Quelle, Medium. Ich darf euch jetzt keine Screens zeigen von meinen Kunden-Websites, deswegen habe ich mir das Beispiel den Google Merch Shop genommen, weil wir da auf die Daten Zugriff haben. Und da sieht man, für Leute, die es vielleicht noch nicht so oft angeschaut haben, wo wir unseren SEO-Traffic sehen können. Nämlich in der Akquisition, Quelle, Medium. Und dann spuckt es mal eine ganze Liste aus an allen möglichen Traffic-Quellen. Akquisition, Quelle, Medium, Liste. Und dann kann ich aber sagen, jetzt möchte ich meinen wirklichen Organic-Traffic sehen. Dann gibt es hier oben den erweiterten Filter, in dem ich mir was eintragen kann. Und da kann ich jetzt sagen, das soll Quelle Medium sein. Ich kann nur noch Sachen filtern, die auch schon in meiner Tabelle drinstehen. Enthält Organic. Und damit generiere ich mir als erstes mal eine Liste meiner Traffic-Quellen. Da sehen wir auch, da gibt es mehr als Google. Wie relevant die anderen sind, zumindest für den Google Merch Shop, seid dahingestellt. Ja, das war jetzt mal so ein Einsteiger. Der Tipp 2. Jetzt haben wir eine Liste an SEO-Traffic. SEO-Traffic mit schlechter Performance identifizieren. Macht das jemand? Nicht antworten. Okay. Ich gehe davon aus, Enthaltungen heißt bei mir jetzt automatisch mal Nein. Wenn ihr mir sagt, Nein, dann gehe ich davon aus, das ist aber nicht cool. Das rückmutig sein und antworten. Warum macht man das? Es geht um eine, das ist eine These mal, um eine durchschnittliche Seitenqualität. Über die Website fängt damit jemand was an, durchschnittliche Seitenqualität. Das ist eine Slide, die ist nicht von mir, es kommt dann nachher auch gleich das Copyright dazu. Kill the poor dogs, Panda-Diät. Ich finde die Seite, einfach das Panda-Ding ist mir jetzt eigentlich egal, einfach cool, weil sie zeigt, wir haben eine gewisse Qualität auf unseren Map-Seiten und wir haben eine Anzahl an indexierten Seiten. Warum und wieso die jetzt im Index sind, sind wir mal hingestellt. Aber die These, das führt jetzt ein bisschen weg von Analytics, wäre jetzt, wenn ich sage, ich habe hier eine Durchschnittsqualität durch diese zwei Werte errechnet, die grüne Linie, wenn ich jetzt alles, was in einem gewissen Bereich übersteigt, gemessen an welcher KPI auch immer ich es jetzt festmachen möchte, eine Conversion Rate, kann eine Bounce Rate sein, kann alles mögliche sein, schneide die schlechten weg, dann steigt automatisch meine Durchschnittsqualität. Was für SEO und Bewertungen von Google als Gesamteindruck einer Seite ja durchaus relevant sein kann. Die Slide ist nicht von mir, ich darf es nur erzählen, ist eigentlich von einem anderen SEO, der auch Philipp heißt, Philipp ist ein sehr beliebter Name bei den SEOs. Kann man folgen, gibt gute Sachen von sich. Wie sieht das jetzt in Analytics aus? Wir haben die Zielseiten. Wir verhalten die Zielseiten und ich habe mir alle meine Einsprungsseiten mal geholt. Zusätzlich möchte ich aber jetzt ja sagen, ich schaue mir jetzt meine Quelle Medium an. Also die füge ich mir jetzt mal hinzu. Dann habe ich hier die zweite Spalte, Quelle Medium, alle meiner Zielseiten. Zielseiten ist bewusst, ist klar, Zielseiten, Landingpages, Einstiegsseiten, alles dasselbe. Erweiterter Filter und hier kann ich jetzt was machen, dass ich sage, ich kann jetzt ja mal sagen, Quelle Medium, Google Organic, um jetzt wirklich nur meinen Google Traffic mir anzuschauen. Fairerweise muss ich immer wieder auch rüber spazieren. Google Traffic anzuschauen. Und ich kann ja auch zusätzlich einen Wert noch mit einbinden, der in meiner Tabelle auch drinsteht und mal sagen, alles was da größer ist als zum Beispiel 45 bei einer Absprungrate, das lasse ich mir mal anzeigen. Und dann bekomme ich aus dem Google Merch Shop oder ihr dann aus eurer Website eine Liste aller meiner Google Einstiegsseiten, meiner SEO Einstiegsseiten und die ich mich so bemühe mit Maßnahmen, dass ich hier mal mehr Traffic bekomme. Und seht ihr dann, hey, da ist eigentlich die Absprungrate jetzt noch nicht so geil. Wenn Absprungrate eine KPI ist, die für mich aus irgendwelchen Gründen eine Relevanz hat. Geht weiter zum nächsten Tipp. Die Datenqualität verbessern. Geht es jetzt auch um die Frage, was messen wir da eigentlich? Das ist jetzt nicht mehr der Merch Shop. Das ist jetzt aus einem Tourismus Kundenprojekt. Da gibt es auch eine Einstiegsseite, die Nummer zwei, für alle drüben in der Liste, wo ich gerade nicht hinpointe, ich kann es probieren. Nummer zwei. Bei den ganzen Tourismus Projekten, die wir betreuen, sind es immer die Wetterseiten, die Webcam-Seiten. Bei meinen E-Commerce-Kunden, die zusätzlich auch Filialen haben, sind es eigentlich die Standortseiten, die wir den meisten SEO-Traffic bringen, quantitativ gemessen, mit einer horrenden Absprungrate. Stellt man sich die Frage, nämlich diese hier. Nämlich nicht, was will der da, sondern was will denn der User, wenn er auf die Seite kommt? Und dann die Frage, hammert das schon, wenn der wieder weg geht und wenn dann auch die Verweildauer vielleicht relativ gering ist? Haben wir ihn jetzt zufriedengestellt? Sind wir schlecht? Hat er sich was anderes erwartet? Möchte er es von wem anderen bestätigt haben, vom zweiten Anbieter, dass wirklich die Sonne scheint? Oder eine bessere Livecam? Oder war das eine andere Art Livecam, als erwartet? Das sind Fragen, die wir uns stellen. Oder messen wir vielleicht einfach nur nicht richtig? In welcher Weise würde jetzt mal muten, könnte es sein, dass wir vielleicht einfach mal nicht richtig messen? Was könnte man tun? Okay. Wir könnten einen Absprung individuell definieren. Macht das jemand von euch? Nein, das sind immer so annähernd die selben Kandidaten. Bounce Rate individuell definieren. Warum? Das ist ein Stück Skript, das jetzt eingebunden werden kann auf einer Seite durch einen Developer wahrscheinlich in den meisten Fällen. Es würde aber auch gehen, ich springe jetzt eine Slide vor, über den Tag Manager könnte man das auch feuern. Es ist ein Event, das ausgelöst wird, das man definieren kann, nach 45 Sekunden hinten in der Millisekundenangabe würde ein Event an Google geschickt werden. Hey, das ist jetzt kein Bounce mehr, der springt nicht ab. Wo würde man sowas vielleicht machen? Genau. Bei Seiten, wo meine Zielsetzung eigentlich ist, dass der einfach Informationen, Content-Seiten, Informationen haben möchte. Standort-Seiten, der möchte nur die Öffnungszeiten sehen. Das heißt, ich habe das Ziel meiner Seite. Ich habe eine schöne Liste meiner Öffnungszeiten, mit den Feiertags-Öffnungszeiten, oder Skilift-Zeiten, was auch immer, da steht alles gut drauf. Der braucht nur 10 Sekunden und ist wieder weg. Der schlägt doch nicht weiter, weil die Seite hat ihr Ziel ja erfüllt. Wenn ich jetzt aber sage, das werte ich jetzt auch als Bounce, verfälscht mir das ja auch irgendwie, auch meine Daten, und dann habe ich einen Kunden gegenüber sitzen, und ich sage, er hat jetzt gebounced, warum tut er denn das? Vielleicht weil er einfach die Information gefunden hat, weil die Seite so gut gemacht ist, dass er eingestiegen ist und gar nicht klicken musste, sondern die Information gefunden hat. Wenn wir das aber anpassen, berichtigen wir die Daten und kriegen ein schöneres, klareres Bild. Der Tipp 4, Entschuldigung, Überschrift, Tipp 4. Wer sind denn meine User? Weil der User kommt und dann stellt man sich die Frage, okay, der kommt jetzt zurück, oder? Er kommt erstmal, was will er denn jetzt? Suchintentionen. Setzt sich damit jemand auseinander? Gewinner. Du kriegst eine Visitenkarte, kann ich dir anbieten, was anderes habe ich nicht mit. Es gibt so mal grob charakterisiert, drei Suchintentionen. Die Navigationssuche, eine Informationssuche und eine Transaktionssuche. Ein Beispiel für eine typische Navigationssuche wäre, es gibt, verwendet einfach Google jemand, einfach weil es die Startseite des Browsers ist, den man verwendet, um es so faul ist, oben in die Leiste zu tippen, weil ich müsste meinen Cursor weiter rauf bewegen, sondern ich mache nur die Mitte des Bildschirms, klicke da rein, schreibe ORF rein oder schreibe was auch immer ich will rein, klicke auf Enter, mein Ergebnis steht normalerweise ganz oben und dann klicke ich da einfach drauf. Also ich brauche mir keine Gedanken machen über AT, .com oder was auch immer das sein soll. Eine Navigationssuche. Ich weiß schon, wo ich hin will. Eine Informationssuche wäre, ich brauche eine ganz konkrete Information, ich weiß auch schon, welche Information ich brauche, gebe das bei Google ein und Google trachtet dann natürlich auch danach, mir Informationen jetzt nicht nur in Form von Links und gehe mal da hin, die wissen das, sondern hey, Google weiß das ja auch selbst und stellt uns da auch was zur Verfügung. eine Informationssuche. Eine Transaktionssuche wäre, ich suche zum Beispiel ein Produkt, ich möchte was kaufen, ich habe eine klare Intention, ich möchte mich wo anmelden, ich möchte was auch immer. Dann haben wir hier ein Beispiel für eine Informationssuche. Ich möchte Beton selber mischen, extra ein sehr maskulines Beispiel genommen von einem Baumarkt. Auf derselben Seite, das ist ähnlich, das ist kein Kunde von mir, das ist einfach nur irgendwas, was man halt im Internet findet. Auf derselben Seite gibt es aber auch so eine Seite, wirklich pendant zu dem, was ich auch als Kunden betreue, eine Standortseite, die einfach nur Informationen darstellt, die aber durchaus eher relevant sind. Kann ich nach meiner Arbeit noch vorbeifahren, haben die dann noch offen, haben die am Feiertag offen, solche Dinge. In den Daten bei Google Analytics vermixen wir das aber alles. Wir haben URLs mit völlig verschiedenen Intentionen, die Daten kommen alle rein und wir schauen uns, wenn wir noch nicht sehr viel weiter schauen, auf sämtlichen KPIs eigentlich einen Mix an verschiedenen Intentionen an, die sich naturgemäß ja eigentlich ganz verschieden verhalten müssen und tun so, als wäre das aber alles eins. Jetzt ist die Frage, die man sich dann stellt, okay, was können wir da tun, wie kriegen wir das irgendwie denn besser hin? Haben wir Ideen dazu, was man machen kann? Wir können Kunden einteilen in verschiedene Segmente, um das dann getrennt auswerten zu können. Ah, nochmal zurück. Kundensegmente schaffen. Wie geht man da vor? Also über die Einstellungen, nochmal zurück, können wir Segmente bilden, geben dem Ganzen einen Namen und geben ein paar Daten ein, die wir haben wollen und sagen, ich möchte jetzt meinen SEO-Traffic, weil als SEO in einer Agentur der andere Traffic, okay, das müssen sie sich selber auswerten, meinen SEO-Traffic, da möchte ich aber, da möchte ich genaue Daten haben. Also ich sage jetzt mal, alles was organic ist und von Google kommt, weil das Merch-Shop-Beispiel, die anderen schaue ich vielleicht gar nicht drauf. Zusätzlich, das ist jetzt nur ein Beispiel, die Liste kann man dann fortsetzen, würde ich jetzt sagen, ich mache mir ein Segment mit allen meinen Service-Seiten oder all meinen Standort-Seiten, dann wäre das mein Segment Organic Standort-Traffic. Füge das hinzu und erlaube mir somit später dieses Segment getrennt anzuschauen, kann natürlich auch das Gegensegment dann bauen und sage, jetzt habe ich meine Standort-Seiten und ich habe vielleicht nur Standorte und ich habe Broder-Grids und einzelne Produkte, also meinen Shop und dann mache ich meinen Shop-Segment auch noch. Dann nehme ich dann, dann mache ich den Umkehrschluss, dann nehme ich alles aus, was Standort-Seiten sind, um den Gegenpart auch zu haben. Und erlaube mir somit ein klares Bild, das einer User-Intention entsprechen kann, auch darzustellen in meinen Daten. Jetzt die Frage, arbeitet jemand mit sowas? Kommen wir zum Tipp Nummer 5. Da geht es jetzt um die Quelle. Wie finde ich raus, wo mein Traffic eigentlich herkommt? Das ist jetzt wieder relativ easy. Akquisition, Übersicht, da finde ich einfach mal meine Traffic-Kanäle. Die können kommen von Google, die können kommen von anderen Suchmaschinen, da gibt es ja dann durchaus ein paar. So schaut Yahoo aus, wenn man über Alta Vista einsteigt. Das war mal meine erste Suchmaschine, deswegen schaue ich sowas ganz gerne. Aber dann gibt es auch andere Sachen, wie Ask, es gibt eine T-Online-Suche. Und dann ist die Frage Referral. Viele von diesen Sachen findet man im Referral-Traffic. Ein Tipp ist auch, man kann auch da eine Bereinigung durchführen, weil jemand, der über die T-Online-Suche kommt, der ist ja auch eigentlich ein Suchtraffic. Auch die, entweder sie crawlen selber, bauen sich einen eigenen Index auf oder sie verwenden einen vorhandenen Index, holen sich die Daten von irgendwo. Auch das ist ja eigentlich ein organischer Traffic, für den ich nicht bezahle. Da kann ich jetzt Google sagen, das ist ja eigentlich, das passt jetzt eigentlich nicht ganz ins Referral-Thema hinein. Wo kann ich denn sowas tun? Wieder hier, das ist leider nicht so ganz zu sehen, über die Verwaltung, Tracking-Informationen, Quellen der organischen Suche. Anklicken. Und hier kann ich Suchmaschinen hinzufügen und sagen, hey, das möchte ich, und das ist natürlich mein eigenes Interesse als SEO, wenn ich schon organischen Traffic wo habe, dann möchte ich den natürlich auch so ausgewiesen bekommen und nicht sagen, hey, das ist jetzt irgendwo Referral und der Traffic ist mir egal, weil auch dort könnte ja vielleicht eine Conversion passieren, in welcher Art wir das auch definieren. ich habe jetzt mal Ask eingegeben als Beispiel. Jetzt kann ich sagen, ich definiere mir meine Suchmaschine mit der Domain, gebe noch den Query-Parameter ein, in dem ich rausfinde, wenn ich einfach irgendeine Suche starte und in den Parametern der URL nachschaue, was das denn ist und sage einfach mal, ich glaube, erstellen steht, füge erstellen hinzu und plötzlich habe ich meinen, habe ich Traffic-Quellen, die vorher irgendwo anders waren, zugewiesen und sage, hey, das ist ja eigentlich zum Teil ja auch meine Leistung als SEO. Tipp Nummer 6. Die User-Intention. Wir, was wollen wir, was haben wir als Website-Betreiber? Wir haben ein Ziel. In den meisten Fällen sind die Webseiten aber eigentlich so, dass wir sagen, wir haben ganz, ganz viele verschiedene Ziele, weil die Webseite ist ja so ein Allweltsheilmittel, das eigentlich alles kann und alles können soll. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Ziele auf unserer Webseite. Das heißt, wir müssen Ziel definieren. Nicht nur das Wort Ziel, sondern auch ein Ziel eigentlich auf URL-Basis definieren, was möchte ich mit dieser URL, wenn User darauf einsteigen über meinen Organic Traffic, was soll die eigentlich tun? Soll die direkt kompetieren? Sollen User sich da länger auseinandersetzen? Sollen die da lesen? Sollen die da runter scrollen? Sollen die ein Video anschauen? Sollen die einfach nur weiter klicken? Also die Zielseite ist nämlich deswegen nicht nur, weil ich euch nötigen wollte, das zu lesen, was ein Ziel ist, sondern das ist einfach eine Infoseite. Da wäre ein Ziel, die Leute sollen sich damit auseinandersetzen, die sollen das lesen, die sollen da bleiben, sollen auch mal wiederkommen und beim nächsten Mal, wenn sie was wissen wollen, wieder zu Wikipedia gehen. Konträr dazu gibt es aber auch Shopseiten, die völlig anders geartet sind. Und dann gibt es aber vielleicht auch noch sowas, das geht ein bisschen weg vom SEO. Auf Facebook finde ich dann immer wieder Consulting.com sponsert mir oder was und lädt mich ein, irgendeine Webinare zu besuchen. Wenn man dann klickt, kommt man auf so eine Seite. Das ist jetzt eine einfach nur eine Registrierung für irgendwas. Das kann aber auch sein, dass ich sage, ich habe eine Website und ich zweckentfremde quasi ein Kontaktformular, einfach nur um Anmeldungen zu generieren, um irgendwie Daten zu sammeln, abgießen davon, dass das wahrscheinlich in Kürze schwieriger werden wird. Ein mathematisches Beispiel, selbst mit Kindern, also das ist eher so eine mittlere Volksschule, Beispiel. Tausend Leute registrieren sich da. Wenn 10% kaufen, mein Produkt, zu einem Preis von 49,90, dann kann ich mir den Durchschnittswert der Registrierung ausrechnen. Und dann kann ich dem, der Registrierung, ja auch einen monetären Wert nämlich zuweisen. Und das kann ich auch in Google Analytics. Macht arbeitet jemand mit sowas, abgesehen davon, von E-Commerce Tracking? Wieder Ziele eintragen. Und auch hier kann ich sagen, ich beschreibe mein Ziel, sage, das ist eine Registrierung und das ist ein Ereignis, es passiert irgendwas auf meiner Website, vergeb mal Kategorie und Aktionen, nach Sinnhaftigkeit, sodass ich später meine Daten wieder auswerten kann, die mir Ausschlüsse geben, was habe ich da eigentlich für Daten erhoben? und weise diesem Event, das da passiert, diesem Ziel, das ausgelöst wird, einen monetären Wert zu. Und so weiß ich eigentlich, hey, ich habe jetzt da meinem SEO, wenn das SEO-Traffic wäre oder meinen Kampagnen-Traffic, meiner Facebook-Kampagne einen Wert gegeben. Und plötzlich sind das nicht mehr nur User, die ich habe und irgendwie ein paar davon machen irgendwas auf meiner Seite, sondern plötzlich, hey, mit jedem User habe ich eigentlich ein bisschen Geld verdient. Tipp Nummer 7. Tipp Nummer 7. Das ist jetzt wirklich, ich bin selber erst aus Salzburg heute jetzt zu Mittag gekommen, ich habe die Vorträge vorher nicht gehört, ich bin, man ist dann, wenn man selber solche Slides erstellt, wie den Tipp 7, der jetzt gleich kommt, und dann die anderen Themen hört mit Datenschutz-Grundverordnungen und alles sehr, sehr hochtrabend, dann ist es fast ein bisschen unangenehm, mit solchen Basic-Tipps zu kommen. Trotzdem, die meisten heute scheitern eigentlich daran. Also daran scheitert jetzt keiner, weil es nicht so extrem wichtig ist. Aber es wäre schade, das nicht zu machen. Wir haben eine Traffic-Kurve irgendwie auch und plötzlich ist da sowas. Was könnte das sein wegen einer Presse-Aussendung, ein neuer Produktstart? Es ist irgendwas passiert, was mit mir zu tun hat. Ich bin die Air Berlin, mein Flugzeug ist abgestürzt. Oh, nicht so gut. Aber es gibt sicher auch positive Beispiele. Meistens erinnert mich nicht mehr dran, was eigentlich da ist. Wenn ich mit meinen Kunden rede, auch die wissen eigentlich nachträglich nie, was sie da eigentlich gemacht haben. Das zieht sich durch wie ein Faden, weil sie haben einfach viel zu tun. Sie sind auch wenige Leute. Es passiert halt ganz, ganz viel. Sie arbeiten in verschiedenen Agenturen zusammen. Jeder macht irgendwas. Man redet auch relativ wenig dann miteinander. Und dann passiert irgendwas und keinem weiß mehr eigentlich genau, was war denn das jetzt? Und der Tipp ist einfach nur, setzt doch einfach Marker. Weil dann könnte ich mir ein SEO mal anschauen, wenn die Daten so kommen, was passiert denn da eigentlich? Warum sind da immer wieder komische Peaks? Gibt es da Regelmäßigkeiten? Können wir uns da irgendwo draufsetzen? Marker einstellen? Kann man privat oder auch freigeben für alle. Und irgendwie beschreiben, da haben wir was gemacht. In dem Fall, das ist jetzt nur von mir irgendein blödes Beispiel, haben wir eine große Presse in der Aussendung, hätten wir gemacht, wie wir verschenken jetzt lauter iPhone X und das gibt es alles gratis jetzt bei uns. Wichtig einfach wegen der Nachvollziehbarkeit der Daten. Weil wir wollen aus unseren Daten ja auch nachträglich noch was lernen. Tipp Nummer 8. Da geht es jetzt um 404 Fehler. 404 geht aber auch cooler, geht ein bisschen, kann man so machen. Wie findet man 404 Fehler aus Google Analytics heraus? Schaut ihr euch sowas an in Google Analytics? Wie findet man das raus? Über Verhalten und Website Content. Alle Seiten. Kriege ich eine Liste aller und Zielseiten müsste ich dann auch noch auswählen. Alle Zielseiten, das habe ich dann da nicht markiert. Meine Zielseiten und dann kann ich mir hinzufügen, sekundäre Dimensionen und sage einfach mal Seitentitel. Also Zielseiten würde ich dann machen, wenn ich meine Einstiegstraffic haben will. Füge meine Seitentitel hinzu, dann schreibt mir Google den Titel. Weiß jeder was ein Titel ist? Begriff? Okay. Ihr seid ein bisschen schwierig zu deuten. Ja, also Google schreibt mir dann den Titel hin. Dann muss ich natürlich wissen, was der Titel, nicht sehr treffsicher, der Titel meiner 404-Seite ist. Wo findet man das raus? Ich weiß, dass du es weißt. Oben im Tab oder im Tab? Oben im Tab, genau. Das heißt, ich muss einfach irgendeine falsche Seite aufmachen und finde sowas im Quellcode, zum Beispiel als Title definiert oder es steht oben im Tab drinnen. Meistens ist es irgendwas mit konnte nicht gefunden werden. 404 steht oft drinnen, meistens sogar. Das ich könnte da jetzt einfach reinschreiben, auch enthält 404 und die Trefferwahrscheinlichkeit wird sehr hoch sein. und dann erhalte ich eine Liste all meiner Seiten, die aufgerufen werden, die 404-Statuscode zurückschicken. Tipp Nummer 9 geht es auch wieder um, es sucht jemand was. Google, aber es gibt ja auch andere Suchen. Im SEO-Bereich, vor allem wenn man anderen Keynote-Speakern bei Konferenzen zuhört, da gehört man besonders bei einem immer wieder das Wort alternative Suchmaschinen. Also auch solche Sachen sind ja eigentlich Suchmaschinen, Produkt-Suchmaschinen. Andere Suchmaschine. Unterkunftssuchmaschine. Aber auch auf unseren eigenen Seiten wird ja sehr wohl gesucht. Wenn ich sage, ich bin jetzt nämlich vielleicht dieses Business hier oder ich wäre sogar dieses Business hier, abgesehen davon, dass ich mich echt freuen würde, wenn das mein Business wäre. Aber auch der Obi hat ein Suchformular. Und auch aus der Suche kann man ja eigentlich was lernen. Und entweder man hat es jetzt als System so, dass man sagt, in meinem Management-System, in meinem CMS stehen auch drinnen, was da gesucht wird. Ich habe eine intelligente Suchsoftware mir vielleicht angeschafft oder programmieren lassen. Wenn nicht, oder zusätzlich, kann ich mir diese Sachen auch in Google Analytics ausgeben lassen. Ich frage schon gar nicht mehr, wer es macht, weil drei Leute wahrscheinlich machen das. Wie könnten wir das tun? wieder über die Verwaltung Einstellungen der Datenansicht. Da gibt es hier Site Search Tracking. Das kann man einschalten. Dann muss man sich wieder selber mal eine Suche anschauen, wie die eigentlich technisch funktioniert auf der eigenen Seite. Was ist denn der Suchparameter, der nach dem Fragezeichen in der URL steht? Den müsste man dann hier eintragen und dann erhält man eine Liste der Keywords, der Suchanfragen, die Leute auf der eigenen Website eingeben in Google Analytics. Wir waren jetzt relativ schnell. Wir haben den Durchschnitt weit gesprengt. Wahrscheinlich bei 3,4 Slides. Weil im Grunde genommen waren das die neuen Tipps. Jetzt haben wir dementsprechend mehr Zeit für Fragen, hauptsächlich zum Thema SEO. Ich sage es mal so, hoffentlich war bei den Tipps jetzt mal was für euch dabei. Sonst gibt es von mir mal ein Dankeschön und Fragen von euch hoffentlich.